jo moin leute herzlich willkommen zum UEFA Champions League 8. Finale Rückspiel Teil 1 von Teil 2 Tütspiel Saison 2020-2021 Los geht's heute um 21 Uhr Borussia Dortmund gegen FC Sevilla 3 zu 0 für Borussia Dortmund Gewinnt aus Turin verlässt gegen FC Porto mit 2 zu 3 nach Verlängerung mit 2 zu 3 Dann morgen um 20 Uhr RB Leipzig FC Liverpool verließ gegen RB Leipzig mit 0 zu 3 und Paris Saint-Germain verließ gegen FC Barcelona mit 1 zu 2 So, das war's vom 1. Teil von Spidels in der Champions League 8. Finale Rückspiel Saison 2020-2021 So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da Ihr seht nun, bis, dann, tschönen, 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 tschönen Outro